Ja, guten Tag, ich hätte gern eine... Einen Augenblick bitte? Ah, da haben wir sie ja schon, ihre... Moment, was sie mir gebracht haben ist eine... Ich wollte aber eine... Oh ja, richtig, warten Sie einen Moment... Ah, da haben wir sie ja schon, ihre wunderschöne... Nein, 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 das ist eine... Ich hatte aber ausdrücklich eine... Verlangt. Aber Sie müssen zugeben, es ist eine sehr schöne... Ja, 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 aber bringen Sie mir jetzt bitte endlich die... Na gut, na gut, na gut, hier habe ich sie nun also, ihre... Das ist aber keine... Sondern eine... Sondern eine... Na gut, na gut, na gut, ich sehe schon, Sie wissen genau, was Sie wollen. Hier ist sie nun also endlich, ihre... Nein, 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 das ist ja schon wieder falsch, ich will weder eine... Noch eine... Oder eine... Oder eine... Und schon gar keine... Sondern einfach nur eine... Das kann doch gar nicht so schwer sein. Sie sind aber auch ein unangenehmer Kunde. Jetzt zeige ich Ihnen so schöne Sachen wie eine... Und eine... Und eine... Oder eine... Oder eine... Aber Sie wollen nur eine... Na gut, hier haben Sie sie, ihre... Ja, das ist die richtige, ich habe schon gedacht, das wird die mehr was mit meiner... Sie halten sie zwar falsch rum, aber sie ist trotzdem sehr schön, meine... Die... 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 Von ich meine... Wir... Und diese wunderschöne... Wieder ins Regal räumen. Yes, kam das geil! Wir sind so glücklich!